Das ist das Mini City Surfer Concept. Es gibt eine riesen Nachfrage nach der individuellen Mobilität in Ballungszentren. Wir haben eine Kombination aus unterschiedlichen Eigenschaften in diesem Produkt vereint. Zum einen haben wir die Agilität eines Kick-Scooters, zum anderen haben wir die Elektromobilität und als dritten wichtigen Punkt haben wir die Designmerkmale der Marke Mini in diesen Scooter integriert. Wir haben bei unserem Konzept einen Nabenmotor im Hinterrad. Dieser Direktläufer hat den Vorteil, dass wir keine Kette brauchen und somit ist er sehr wartungsarm. Wir haben eine Maximalgeschwindigkeit von 25 kmh und durch den im Trittbrett integrierten Akku haben wir eine Reichweite von ca. 15 bis 25 km. Geladen wird das Fahrzeug durch eine haushaltsübliche Steckdose oder alternativ hat man auch die Möglichkeit am 12 Volt Autonetz das Fahrzeug zu laden. Wir werden auch den Last-Mile-Anforderungen gerecht. Mit einer intelligenten Kopplung zwischen Handy und Fahrzeug können wir auch die letzten Meter gut navigieren.